So, jetzt läuft noch die Aufnahme, ja, jetzt läuft die Aufnahme vernünftig. Nochmal wieder kurzer Disclaimer, ich nehme das parallel quasi auf und habe auch ein bisschen was an den Einstellungen geändert, sowohl Aufnahme als auch, hier, wie heißt es, Stream. Das heißt, ich hoffe, ein bisschen ist die Qualität besser. Ich gehe mal davon aus, viel merkt man bei Minecraft nicht, jedoch morgen beim anderen Spiel. Dementsprechend, ja, wenn ihr es bei YouTube seht, Hallöchen, wenn ihr im Stream seid, hallo an alle auch nochmal extra. Genau, und noch ein kleiner Disclaimer, ich habe das Fenster auf, weil es einfach viel zu warm ist und da ich in NRW lebe, plus es ein schönes Gewitter angekündigt ist, ja, wird es ab und zu vielleicht mal nebenbei donnern. Gut, aber bevor wir jetzt noch mehr Zeit verschwenden, werde ich den lieben Tom einmal mit dazu holen, und wenn er denn dann mit dabei ist. Hallöchen. Ach, der Tom ist sogar mit dabei. Wir können noch direkt ins Spiel gehen. Ah, ich glaube Musik. Ja, ich glaube, so passt Musik. Ich hoffe echt, dass die, ähm, dass das Fenster nicht zu doll stört. Müssen wir mal gucken, ansonsten muss ich doch vielleicht nochmal ausmachen, äh, ausmachen, vor allem das Fenster, genau, zumachen. Wir haben ja letztes Mal hier alles so ein bisschen umgebaut. Äh, die Siebanlage lief ja eh nicht mehr so wirklich. Warum fahren jetzt eigentlich so viele Autos rum? Den ganzen Nachmittag kein Auto und jetzt fahren nur Autos rum. Schlimm sowas, diese Leute, die nach Hause fahren wollen. Genau, äh, die Mobfarm habe ich eben schon einmal reingeguckt, als kleinen Spoiler, die hat so gut wie nichts gebracht. Ja, die läuft schon, die Offline ist normal, wegen Mobs. Äh, die Mobs spawnen normal auch offline, wenn die gejunk-loaded sind. Also, dann ist wieder irgendwas extra hier. Also, ähm, wir können erst mal wieder unseren hübschen Boiler hochfahren. Was auch überhaupt nicht lange dauern wird, wahrscheinlich. Aber wir brauchen es, denn ich habe heute vor, die, endlich mal das, was ich schon lange plane, den einen Stack Secured Boards zu machen. Problem ist, wir brauchen dafür, ha, wobei, ne, diese Wood-Dinger, die sollte ich genug haben, oder? Ja, davon habe ich genug. Ah, ich habe auch genug von den Boards. Okay. Also, Vakuum-Tubes, Glas-Tubes, äh, Red-Alloi-Cable, den ganzen Kram, ein paar Strings. Was brauche ich denn noch so schönes? Ich brauche ein Stick Stahlplatten. Poh, äh, das wird kritisch. Das ist sogar wirklich kritisch, wir haben keinen Stahl mehr. Äh, hätten vielleicht doch 25 sind, ja. Ich habe das blöde Gefühl, dass wir mehr von diesen Öfen bauen sollten. Oder den besseren, eins von beiden. Weil mit 25 Stahl kommt man nicht weit. Bitte? Dann den besseren. Ist wahrscheinlich besser, ja. Äh, was brauche ich denn noch? Drei Stacks Red-Alloi-Wire. Ja, habe ich sogar fast zusammen. Äh, dafür brauche ich fein Copper-Gedöns. Zwei Stacks davon genau genommen. Na, fängst du langsam an oder nicht? Oh, ich habe richtig Bock, das andere Spiel zu spielen. Was denn? Oh nein. Äh. Warum? Ach doch, die laufen. Okay. Also, wir können beide Maschinen gerade laufen lassen. Du leckst wieder. Das ist natürlich normal. Relaxe, nicht aufregen. Wuuu-zaa. Boah, ich brauche noch so viel Zeug, fällt mir gerade auf. Das ist wirklich noch verdammt viel, was ich brauche. Falls du mich gerade hörst, ich starte das Kack in der Ländricht. Ja, so wie immer. Ähm, dann, was brauchen wir noch? Zwei von denen, ein von denen und ein paar mehr von denen. Hier habe ich das Gefühl, es leckt heute. Ich muss irgendwie, ne, jetzt nicht mehr. Okay, ich muss eben die Kisten doppelt öffnen. Keine Ahnung. So, noch vier weitere. Wie viel kriegen wir noch raus? Ach, hier kann man sich den ganzen restlichen Kram sparen. Äh. Also, mit Liquid Rubber. Ah, gut. Ne, das dauert ja eh noch, bis wir das zusammen haben. So, dann kann ich jetzt nämlich, da den zweiten Stack machen. Und, ne, ich muss die Kisten irgendwie doppelt öffnen. Komisch. Äh, wie kriege ich denn jetzt hier? Ein Crafting. Ist das ein Crafting Table? Ja. Ähm. Wie heißt das andere Ding denn von Tinkers? Ähm. Ist Tom mittlerweile wieder da? Nö. Er ist noch nicht mal weg. Äh. Braucht man das hier mit irgendwie? Äh. Scheinbar nicht. Äh. Ich weiß nicht, wie das Teil heißt. Da, Crafting Station. Ui, jetzt fängt es an zu gewittern. Äh. Ah. Da ist sie. So, dann kommen nämlich die beiden schon mal da rein. So, dafür brauche ich acht Sticks von den anderen. Äh, das habe ich noch lange nicht. So, jetzt sehe ich den Chat auch mal und alles. Ähm. Ähm. Ja, den ganzen Kram brauche ich an sich nicht. Was kann ich denn sonst noch mit vorbereiten? Den Stack Stahl schon mal? Was haben wir denn noch, was ich vielleicht fertig machen könnte? Das habe ich bis auf die Copper Wire. Ah ja, übrigens hier drüben ist mittlerweile auch ein bisschen was durchgegangen. An Eisen vor allem. Also, wir haben wieder ein bisschen Eisen. Ach, jetzt ist Tom weg. Gut. Dann die Red Alloy Cable. Kann ich auch erst machen, wenn es hier durchgelaufen ist. Das heißt, es scheitert gerade ernsthaft alles an dem Ding hier. Ähm. Wie viel? Vier kriege ich da jedes Mal raus. So, ich habe genau ein Stack. Das heißt, ich müsste mit einem Stack würde ich noch vier Stacks hinkriegen. Das heißt, ein halber Stack muss hier noch durchlaufen. So. Na. Ich glaube, ich brauche aber definitiv noch mehr Kupfer. Ähm. Da schmeißen wir mal das ganze Kupfer raus. Tom ist immer noch nicht im Discord. Dann kann ich jetzt nämlich theoretisch die Teile fertig machen. Hallöchen, Tileira. Schön, dass du wieder da bist. Und Hallöchen, Tom. Das ist schön, dass du auch wieder da bist. Hallöchen. Wie geht's dir, Tileira? Weißt du, was ich langsam glaube? Dass das wirklich an mir liegt? Dass du so ein geheimer Mitarbeiter bist bei der Telekom. Und jedes Mal, wenn wir streamen, genau meine Leitung einmal tot machst, damit ich hier schön neu starten kann. Verschwörungstheorie auf einem neuen Level. Mir geht's eigentlich auch ganz gut. Nur Tom geht's nicht gut. Ist doch die Wahrheit. Wo ist denn unser Hammer eigentlich? Weil wirklich schon ist. Merk ich schon. Hatten wir einen Hammer? Ja, wir hatten einen Hammer. Was ist das? So, dann habe ich das. Dann brauche ich vier Stacks von dem Zeug. Und ich habe genau eins. Ich brauche Slime-Balls. Ich brauche Slimes. Jede Menge Slimes. Musst du selber machen. Die Kisten sind voll. Welche? Die hier drüben. Hast du Lust, die zu entleeren? Ja, ja. Bin schon dabei. Und vielleicht auch einfach... Ja, wobei. Das Zeug... Muss man das noch wieder... Dadurch kann man das jagen. Okay. Wie viel Eisen ist denn das? Genug. Hoffe ich. Ja, zwei Stacks. Also in der Schmelzen auch noch locker 20 Stacks. Naja. Also in der Kiste da. Ich muss irgendwie... Die ganze Zeit... Ich muss die ganze Zeit immer doppelt klicken. Aus irgendwelchen Gründen. An Kisten. Das nervt minimal. So. Kann ich mir... Vorstellen. Boah, es ist gerade... Komisch, das jetzt wieder zu spielen. Ich habe halt erst das andere Spiel... Zwei Stunden lang gespielt. Und das ist jetzt irgendwie... Extremst komisch... Gerade... Wieder so ein normales Spiel zu spielen. In Anführungsstrichen. Wo ist denn der Hammer? Ich weiß es nicht. Oh, bitte nicht. Sagen wir nicht, dass Marek den im Inventar hat. Das ist auch ein Online-Comp. Ich brauche den. Willst du sonst mal einen zweiten bauen? Dann muss ich ja erst mal wieder leveln. Äh... Und dann Wreak den Modifier. Ja. Ich habe ja so... Lava, die ist von der so kacke. Äh... Ich habe ihn auf jeden Fall nicht. Ich auch nicht. Könntest du mir Slime-Balls machen? Was soll ich denn noch alles machen? Slime-Balls. Holzkohle. Ja gut, Holzkohle. Äh... Ja, die andere Kohle ist durch. Also... Ja. Aber man muss dazu sagen, wir produzieren aktuell halt nicht auch viel zu viel von dem Zeug. Aber wir können es halt nicht wirklich vernünftig in Jumps oder sowas zwischenlagern. Das ist das Blöde. Okay, ich habe hiervon acht Stacks. Dann mache ich jetzt erst mal den Haufen. So, allmählich wird es was mit den ein-Stack-Schaltkreisen. Könntest du mir vielleicht mal Wasser auf... 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 Füllen. Wo? In den... Barrel. Wir haben nur keine Kohle mehr. Äh... Ja, dann komm hierher. Apropos. Okay. Danke. Äh... Ja. Wir brauchen Papier demnächst wieder. Also, vermute ich zumindest. Da, da... Ich weiß nicht, irgendwie ist das komisch, auf dem Freitag zu streamen. Ja, was lachst du so? Ist doch die Wahrheit. Normalerweise ist ja die letzte Zeit selbst Samstags schon eine Ausnahme gewesen. Was? Wofür brauchst du denn Clay? Für den... Für, äh... Kohle. Für diesen Kompost. Äh... Ja, und das kannst du nicht alleine machen. Weißt du, wie viele Stunden das dauert? Ja, deswegen frag ich dich ja. Ah, fuck. Was ist denn ausgekippt? Ähm, wir müssen mal ganz kurz ne Pause machen. Das war mein Glas. Äh... Bis gleich. Slice. Danke, LordMZTI, für dein Follow. Ich muss nur mal eine ganz kurze Pause machen, weil mir grad was umgekippt ist. Ich komm gleich wieder. Bis gleich. Danke, LordMZTI. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020